fränkisch ist eher so nebenbei, die sind einfach zu faul zu reden und kürzen alle möglichen Wörter ab. Das ist fränkisch. Yo Leute, willkommen zurück bei Planetside 2, alter Schwede mit Markus und Sven dem Jammerlappen. Jammer, 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 Jammer. Boa, nervt der schon wieder. Weiß hab ich, schnauzt! Zur Trip mit dem Reaver hin, wenn Markus jetzt auch mal kommt. Wir einfach rumschreiten, wie gut, oder was sagst du? Ich hab einfach die Fresse an. So, Markus, bist du da? Ja, er ist jetzt da, let's go. Erstmal die Brecherraketen drauf, Nachtsicht an, dann und dann gibt's Gas. Boah, du fliegst mit Nachtsicht? Boah. Ja. Du schießt ja beide Waffen auf Zoom, ne? Ja, natürlich, mit Nachtsicht. Bei beide Waffen auf Zoom. Mit Nachtsicht? Geht nicht. Die Pro-Gamer kriegen das. Die Noobs, die es nötig haben vielleicht. Oh, Markus, hast du das? Schaffst du das? Was? Über die Brücke zu fliegen. Oder unter der Brücke, okay. Unter der Brücke. Nein, hätte ich nicht. Ah, schau an, ich hab's gemacht. Profi-Like. Ja, du warst ja auch hinter mir, glaub ich. Juuuh, wir fliegen hier, wir kämpfen hier. Du wirst verfolgt, von was wirst du verfolgt? Das ist geil. Ich verfolgt, das ist geil. No-Scan-Aiming. Oh. Bis hier. Nein, nein. Ah, fuck. Ja, wurde ich auch. Abhauen. Ich lebe noch. Tod. Ich auch, aber... Ich hab sogar noch voll live. Ich nicht. Wurde voll gewischt, von der... Ich bin noch ganz ausgewichtet. Aber irgendwie lecken meine Rockets. Ja, ich bin tot schon. Natürlich. Bisher ging nie. Ja, irgendwie war der Berg im Weg. Was, der Berg war im Weg? Nee, hat er plötzlich in den Weg gesprungen, ich weiß auch nicht, wo der herkam. Vor allem bin ich jetzt bei T-Aloysen. Warum auch immer. Oh fuck, Angriff von hinten. Uncool. Really uncool. Ist die Granate rein? Wippen, wippen. Wippen, wippen. Oh, tot. wo ist der spacko sie ist ein schafft aber ich sehe dich ist der hinter mir glaube ich aber granate gefunden den alarm spiel mal komplett brauchen wir der ok wache wasser das alter geht es die match fettes die match aber richtig fett aber ich lebe doch guter das hat der unterschied zwischen schütze ab der karte er ist ja alle abgeles für die wegwerder sollte ich jetzt nicht unbedingt anlegen glaube ich worte fahrt beckwälder fiktig er gibt auch welche beckwälder nein nein ich tue nicht tue nicht zu höchern also ich muss jetzt blende zeit und wein kauft werden dann danke wir verlieren jungs kommt mal runter mir verliert immer noch egal wenn die lokalen er noch mehr ein ja von mir haben den eingenommen ich geliebte wo hängt diese scheißkeit hängt doch schon wieder irgendwo hinter mir war schon wieder zu 4141 er könnte dieses geld mal aufhören mich abzufangen dankeschön lappen king markus ist da ja wohl natürlich und schon wieder tot da steht ein scheiß dinge vor dem fenster und schon wieder toten diesmal was der eigene doch nicht machen was wasser das hier tut raketenwerfer hat mich gefickt war wo dies jetzt aber endlich nach dem fünften mal belebe ich bin also jetzt bin ich schon wieder zu man da geht er gar nicht sein bist du bei torage ja es hat ganz gechillt ja total gechillt das ist nein verkehrten sniper aus dem fall nicht woher die schüsse kommen das ist so auch die schnauzen alle weshalb steht drei megwater ein leuten wir kommen doch aus hessen oder ja ja es ist kommt nicht aus der ende wie heißen das kaffee also das bundesland wird Bayern Bayern das ist ja mal wie er ne wir sind zwar bayerischer Dialekt ne wir haben franke ich bin ja ja Hammer hau mal raus habe ich noch nie gehört die reden die ganze Zeit fränkisch zu laufen nur fränkische nicht so brutal wie berlinerische oder so fränkische Werfel und nebenbei die Gäste einfach zu voll zu reden und kürzen alle möglichen Warte ab dass es bei kr3kisch er wird nicht einfach zu lassen meinst du ja wisst es ist einfach so und hier Hammer hau mal ja da ist ja an ne 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 sage ich auch hören lerne Exactale nö nicht für nö sondern für eine ein manuscript ne Nudeln wäre gut das verrichten und wer ist ne Nudel er sitzt das deutsche Futur es ist nix nirgendwo Aua er ist doch ein Spion er ist auch hinter mir mann wenn jemand ein Echo ne Nudel ne dumme Nudel ja ne dumme Nudel Elton hat gemerkt dass dort steht vor ein Problem hat wer hat er hat richtig ist die Probe wir sagen in wenn das in der er ich bin in wenn du gut ich will durch wenn du ab und nimmst ja wenn du ah ja wenn es da Brot nimmst oder wenn du wenn es da Brot nimmst wenn es da Brot nimmst wenn es da Brot nimmst Alter ich bin so blöden Spion zu T-T-Kill bist zu blöd für uns alter ja ich habe ihn noch gekriegt aber er hat mich auch getötet ist wie wir hin dass da Brot nimmst oh shit oh danke mal bitte wirst nix danke ich bin schon wieder tot wie behindert ist n das wir verlieren sie eh fuck waren es mit alle mit der battle choose ey meine frisse mit der battle choose ja der kampf sagt alter ich gebe dir auch gleich kam ja bettelt bettel bettel ich sagte hier auch richtig hart das glaube ich dir ich habe saften bin einfach brutal was blätter für eine hitzeentwicklung ja deshalb wird der rechter gleich noch wer aber das ist richtig geil ja das ist brutal Minecraft ging gerade so und und zufrieden sei das verratenlich nein ich habe mich und aus nein das ist eine Schöne Granate her bei der Richtung Fick Vanus Alter warum kämpf ich gegen die Vanus wir haben eh keine Chance gegen die ja einzig in die Chance haben sind die Terraner ja von hinten auch leck mich ich wollen wir gegen die Randa kämpfen vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Chance also wir machen jetzt schon mal den Alarm danach fest mach mal dann ja was war das jetzt alter läuft mal echt wer für so ein Lissing Post was du willst ist mir egal nein wir müssen deffen nein du bist beim Team das bringt doch eh nix gegen die Wanda zu kämpfen wir müssen aber verteidigen egal bist du ne Muschi oder waaah ja ich bin Muschi 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 Bis zum nächsten Mal.